Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, weil Beragon uns gerade etwas über unsere kommende Aufgabe erklären wollte. Und das hören wir uns natürlich jetzt erstmal an. Erzählt mir mehr über die Feldergatburg. Sollte ich dorthin gehen, bevor ich das ausgestoßene Gasthaus untersuche? Ein Angriff auf die Burg durch Truppen der Rückbesinnung klingt recht dringend. Doch wenn Lehrer Miel meint, ihr werdet anderswo gebraucht, ist das wahrscheinlich ebenfalls wichtig. Da ihr nicht an zwei Orten gleichzeitig sein könnt, werft ihr vielleicht einfach eine Münze. Oh, sagt mir jetzt aber bitte nicht, dass das wieder so eine Sache wird, wo ich dann entscheiden muss, wo ich hingehe. Ich glaube, in Steinfälle war das so. Da war eine Aufgabe, ich musste mich entscheiden, wo ich hingehe, ob ich der Festung helfe. Die wurde nämlich gerade angegriffen oder ob ich irgendwo anders hingehe. Und egal, was ich gemacht habe, es war immer zum Nachteil von irgendjemandem. Warum muss ich das ausgestoßene Gasthaus untersuchen? Nun, zusätzlich zu der Erinnerung, die ihr saht und in der Itelia sich zum Gasthaus aufmachte, meint Lehrer Miel, dass in diesem Gebiet verstrickte Fäden des Schicksals zusammenlaufen. Was immer dort auch vor sich geht, ihr müsst Lehrer Miel dabei helfen, es herauszufinden. Soll ich vor der Felder Gartburg zum ausgestoßenen Gasthaus gehen? Kommt da jetzt das Gleiche? Itelia ist der Grund hinter all diesen Geschehnissen. Wir müssen begreifen, was sie tut und warum. Doch wenn wir die Felder Gartburg an einen Ansturm der Rückbesinnung verlieren, könnte Skingrad bald folgen. Beides ist gleich wichtig, weshalb ihr selbst eine Entscheidung treffen müsst. Ich hab's geahnt. Ich hasse euch. Ich hasse euch wirklich. Itelia ist der Grund. Ja gut, aber sie ist nicht so... Ich meine, die werden wir wiederfinden. Ich würde eher zu der Burg gehen. Also ich würde persönlich zur Burg gehen und da helfen, weil alles andere... Ich kann die ja wieder aufspüren, letztendlich. Ich dachte, dass du mit mir reden wolltest, Lehrer Miel. Die Verteidigung der Felder Gartburg ist eindeutig wichtig. Doch wenn Itelia das ausgestoßene Gasthaus besucht hat, müssen wir dem nachgehen. Zudem nehme ich dort eine absonderliche Konvergenz der Fäden des Schicksals wahr. Die Entscheidung liegt bei euch, Entsandte. Ich treffe euch am Gasthaus, sobald ihr dort ankommt. Okay, dann tut es mir wirklich leid, aber dann muss ich erst die Burg wählen, weil hier geht es um Menschenleben. Ich habe vorhin gesehen auf der Karte, und sie hat es ja auch gesagt, dass Lehrer Miel zum anderen, zur anderen Post... Ja, genau. Fall jetzt erst mal hier rein. Okay, ich habe ihn nicht getriggert, immerhin. ...zur anderen Position reist. Das heißt, ich hoffe, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und hier vielleicht mehr helfen kann, weil Lehrer Miel wird ja hinten dann schon einiges untersucht haben, denke ich mal, bevor ich ankomme. Falls ihr eine Waffe habt, bräuchte ich Unterstützung. Klar. Wir haben schon mal öfter gekämpft. Gut, ihr seid gekommen. Ja. Nachdem wir in Hoffnungswurz fertig waren, eilte ich zur Felder Gartburg, um sie wegen des Berichts zu warnen, den wir fanden. Doch wie ihr hören könnt, tobt die Schlacht bereits. Wenn wir nur den Rückbesinnungsbericht früher gefunden hätten. Die Burg wird angegriffen? Dätrische Truppen wollen die Legionskohorte der Burg überwältigen. Die Legionäre hier sind wacker und trotzdem verwundert mich etwas an diesem Angriff. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Feste fällt. Ich muss hinein und ihnen helfen. Was ist so wichtig an dieser Burg? Neben der Verteidigung der Hauptstraßen nach Norden und Süden ist sie dicht an dem verwüsteten Gebiet und dem neuen Wald. Dadurch ist sie entscheidend für die Verteidigung des Herzlandes der Auen. Was sagt ihr? Nehmt ihr eine Legionskommission an und helft mir, dies zu beenden? Ich helfe euch bei der Verteidigung der Felder Gartburg. Wo fangen wir an? Wir brauchen einen Überblick über die Lage, bevor wir hineingehen. Mitten in einem Kampf zu stolpern, endet nie gut. Es gibt einen Ausblick östlich der Burg. Die Einheimischen halten dort üblicherweise einen kleinen Markt ab. Von dort haben wir einen guten Blick auf die Burg. Der Bericht, den wir in Hoffnungswurz fanden, erzählt mir davon. Es war ein Aufklärungsbericht an die Anführer der Rückbesennung. Darin standen allerlei Dinge über die Felder Gartburg. Information, wie man sie vor dem Beginn eines Ansturms sammelt. Ich hätte gedacht, ich würde hier Rückbesennungstruppen vorfinden. Doch sie schickten Deltra. Was wisst ihr über die angreifende Streitmacht? Ich habe ein wenig Aufklärung betrieben, bevor ihr eintraft und begegnete umgehend einer Schwadron Deltra. Scherben sah Remora, so wie es aussieht, aber andere Deltra auch. Jetzt will ich zum Ausblick, um mir einen besseren Eindruck von der derzeitigen Lage zu verschaffen. Erzählt mir etwas über die Felder Gartburg. Die Legion erbaute diese Burg gegen Ende der ersten Ära als Teil von Rehmann-Syrodils erster Ausweitung des Kaiserreichs. Sie hat im Lauf der Jahrhunderte schon ein paar Schlachten gesehen. Jetzt nutzen wir sie, um die Handelsstraßen zu schützen und ein Auge auf den neuen Wald zu haben. Okay, geht zum Marktplatz. Was haben wir denn hier für Eines? Gehen wir doch direkt mal mit. Geht zum Marktausblick. Von dort überblicken wir die Lage. Machen wir, machen wir. Wir müssen doch erstmal da durch. Ziehen wir mal alle hier gemeinsam zusammen. Äh, ist das... Ja, es ist hier, ne? Alter, wo kommst du näher? Was war das denn gerade? Oh. Pff. Ich dachte eigentlich, der ist mit einem von uns am Kämpfen, aber okay. Moment, da sehen meine feinen Augen doch noch was. Das nehmen wir doch direkt mit. Äh, ich kann mit dir sprechen, ne? Bleib hier. Hallo. Habt ihr eine Idee, wie wir reingelangen? Die Legionäre haben den Bereich des Durchbruchs gründlich verbarrikadiert. Da kommen wir nicht durch. Es gibt einen Nebeneingang südwestlich von hier. Er wird von Buschwerk verdeckt. Daher stehen die Chancen gut, dass er nicht bemerkt wurde. Da versuchen wir es. Danach suchen wir Kommandant Merian. Wer ist Kommandant Merian? Merian befehle ich die in der Feldergatburg stationierten Truppen. Er ist stur, aber besitzt ein ausgezeichnetes taktisches Verständnis. Er wird genau wissen, wie wir helfen können, sobald wir drin sind. Suchen wir einen Weg in die Burg. Die Tür liegt etwas vertieft in einem Spalt zwischen ein paar Felsen. Ich würde es keinen verborgenen Eingang nennen, doch er ist leicht zu übersehen, wenn man nicht weiß, wo er ist. Ich zeige ihn euch. Erzählt mir etwas über Kommandant Merian. Ja, in die Richtung wird mir angezeigt, aber er hat es eben getriggert, als wir da hingegangen sind. Aber sie möchte mir den Eingang zeigen. Ist er dann hier an der Seite tiefer? Sieht fast so aus, ne? Okay. Ich habe sie auch gerade entdeckt. Dankeschön. Das habe ich gesehen. Du hast hier mal eben was reingeschoben. Was hast du denn da reingetan? Ich bin immer wachsam. Ich laufe zwar in jede Falle. Wir können nicht... Achso. Er ist oben auf der Mauer. Wie können wir helfen, Kommandant? Bei Stenders Blut tut es gut, euch zu sehen. Wir brauchen alle Kämpfer, die wir kriegen können. Und wer mit Tribun in Alea reist, ist in einem Kampf immer willkommen. Diese Daedra setzen uns zu. Ich brauche etwas, was sie zurückhält. Was schwebt euch vor? Die unmittelbarste Bedrohung ist, dass sie an verschiedenen Orten in die Burg eindringen. Ich muss sie an einem Ort einkesseln, wenn ich meine Streitmacht zum Einsatz bringen will. Wenn wir ihren Vormarsch verlangsamen und ihre Zugänge abschneiden, sammeln sie sich neu am Durchbruch in der Mauer. Was sollen wir für euch tun? Da meine Soldaten mit den Daedra alle Hände voll zu tun haben, müsst ihr den Ansturm verlangsamen. Geht durch die Burg und spannt die Fallen neu, die wir aufgestellt haben. Und verbrennt die Seile, mit denen die Daedra über die Mauern klettern. Ich spanne die Fallen neu und verbrenne die Seile. Ihr werdet den einen oder anderen Gegner erschlagen müssen, keine Frage. Doch euer Hauptziel ist das Neuspannen von Fallen und das Verbrennen dieser Seile. Meine Legionäre können den Rest erledigen. Trefft mich danach auf dem Hauptburghof. Falls ihr Fragen habt, so stellt sie rasch. Wie genau hilft es, wenn wir die Fallen neu spannen und die Seile verbrennen? Das ist jetzt wohl echt eine dumme Frage, wenn die Daedra über die Seile hochkommen. Wir müssen ihre Zugänge abschneiden und ihren Vormarsch durch die Burg verlangsamen. Da sie die Mauern mit Seilen erklimmen, ist es entscheidend, letztere zu verbrennen. Und die Fallen sollten sie verlangsamen. Mit etwas Glück sammeln sie sich wieder am Durchbruch. Ja, jeder halbwegs intelligente Mensch hatte das vorher schon verstanden. Erzählt mir von den Angreifern. Es sind Daedra. Sie sehen merkwürdig aus, riechen seltsam und es ist denen völlig einerlei, wenn man sie tötet. Sie nennen sich Scherbensaat. Doch ansonsten haben sie keine Forderungen gestellt. Sie wollen nur meine Burg. Ich lasse jeden einzelnen Stein hier auf sie herabstürzen, bevor ich das zulasse. Das ist gut, wir helfen euch. Ich verstehe zwar nicht, warum man immer ein Pläuchchen halten muss. Achso, das sind Fußfalle. Wo kommst du denn jetzt wieder her? So, das Wichtigste jetzt, nicht reintreten. Hallo. Also, die hat ja schon einen coolen Angriff, muss ich sagen. Ich hoffe, den bekommen wir, wenn wir die Quest hier durch haben von ihr. Weil ich habe was gelesen mit Rössern, dass man da wohl was verändern kann mit der Schriftlehre. Äh, müssen wir jetzt... Ne, müssen wir jetzt rechts rum, ne? Ne, hä? Da kommen wir doch gar nicht weiter. Äh... Achso, das sind die Seile. Moment, wie komme ich denn hier an die Seile ran? Äh... Äh... Ich bin jetzt leicht verwirrt gerade. Er zeigt mir an, dass da Seile sind, aber... Ich sehe hier gar keine Seile. Wieso kommen die denn jetzt direkt wieder neu? Lass mich doch mal was nachkucken hier. Ach, da ist ein Seil. Ah! Okay. Aber die können auch andere hier runterspringen, weil ich... Ich wusste nicht einmal, dass Dendra an Seilen klettern können. Da ist ein Seil höher. Und hier... Hier sind auch Seile. Hier war das Feuer eh noch nicht da. Ach, da, wo der Typ steht. Okay, ich hab's nicht gesehen. Hallo? Hallo? Verbrenn das Seil! Das sind alle Seile, die ich sehe. Gut. Es war jetzt aber ein bisschen übertrieben hier, das Ding auf die Seile zu stürzen, oder? Kommandant, die Balliste ist zerstört. Sie brechen bald in den Burghof durch. Verflickste, schlaue Dendra. Trefft mich im Hauptburghof. Ja, wir kommen einfach mit. Uh, oder wir lassen uns ablenken, weil wir gerade was finden. Lass die Dendra den Legionär. Wir müssen die Kommandantin erreichen. Ja, finde ich auch. Wir bewachen diesen Durchgang und wehren alle Däder ab. Das ist gut, danke. Feuern? Wir dachten, die Barrikaden würden länger halten. Diese verdammten Däder brachen durch, als wir abgelenkt waren. Und beschädigten unsere letzte Balliste. Meine Legionäre haben noch eine Barrikade errichtet, doch sie wird nicht lange halten. Da kommt ihr ins Spiel, Söldnerin. Sagt mir, was ihr denkt, Kommandant. Wenn die Däder nicht an die Barrikade herankommen, können sie sie nicht einreißen. Also legen wir ein Feuer. Meine Legionäre haben bereits Öl hochgebracht. Ihr müsst es für mich über die Barrikade ausgießen. Drängt sie richtig. Dann kommt wieder her. Was geschieht dann? Öl auf die Barrikade, Barrikade im Brand stecken, Ballisten, Bolzen auf die Dädera. Verstanden. Ich gab euch einen Befehl, Söldnerin. Führt ihn aus. Nehmt das Öl hinter euch. Ich leite euch durch alles andere. Seid ihr euch sicher, dass dieser Plan klappen wird? Kein Plan ist je gewiss. Und wir haben keine Zeit für vielleicht und mag sein. Ich wurde nicht Kommandant der Kaiserlichen Legion, indem ich mich ständig selbst hinterfragte. Und ich lasse mich auch nicht von angeheuerten Söldnerinnen hinterfragen. Jetzt beeilt euch. Schnappt euch den Eimer mit Öl. Ach da. So, mal ein kleiner Eimer mit Öl. Wo sind denn die Punkte, wo ich das... Ah, hier. Ist doch jetzt schon wieder leer. Ich warte hier schon in Öl, oder? Ist doch schon alles hier. Mach mal. Äh, ja. Wenn ich sehen würde, von wo die kommen. Hallo? Hallo? Ich sehe noch keine Dädra. Ah. Funke hier voll am Abgehen. Gut gezielt, die erste Welle. Macht euch bereit für die nächste Welle. Okay. Kann ich da... Er kann ein bisschen ran zoomen. Hallo? Dädra? Ja, aber ich kann ja nichts tun. Ich darf ja nicht da hingehen. Das war die zweite Welle. Mach weiter so. Eine weitere Welle naht. Er hat schon ein bisschen recht gehabt. Das ist der spaßige Teil. Da kommen sie. Oh. Das war's für die Balliste. Tribunen, macht euch bereit. Ich wollte gerade noch sagen, für was? Ja, ja, ich bin hier. Geht da runter und findet heraus, woher sie kommen. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht besser, wenn wir runtergehen? Kameraden, ihr bleibt bei mir. Ich denke, wir sollen runtergehen. Was denn? Ach so. Ich wollte schon sagen. Die können doch nicht das Feuer. Wofür wird dieser Teil der Burg genutzt? Quartiere. Die Kaserne erstreckt sich unter der Burg und darunter liegt ein Verlies. Ich bin nicht sicher, wie die Dädra dort unten hereinkommen konnten. Doch wir sollten es uns ansehen. Das ist auch seltsam an diesem Ansturm. Wo ist der dädrische Kommandant? Hallo, es sind Dädra-Portale. Der Kommandant. Der Angriff ist viel zu koordiniert, um keinen Anführer zu haben. Such den Kommandanten und vielleicht können wir dieser Armee den Kopf abschlagen. Durchstöbern wir die Kaserne nach einem weiteren Durchbruch und haltet die Augen nach Dädra offen, die das Sagen zu haben scheinen. Untersuchen wir die Kaserne. Komm mit. Hier gibt es auch schon Tote. Warum sind die Barrikaden von Dädra überlaufen? Ja, ich hab gedacht, der wäre eine Tür. Ich hab gedacht, der wird sowieso dann dazwischen stehen. Ballistenlager. Seht ihr den Aufzug? Er bringt sie hoch in den Türkhof. Aufzug. Das ist aber sehr. Weitläufig hier unten, muss ich sagen. Dann muss ich runter. Du suchst die Kaserne der Boa. Sie müssen sich jetzt doch wieder hier hin. Der verwirrt mich hier gerade. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Hoch, Leute. Dann zeigt mir doch wenigstens an, wo ich hin muss. Ich muss dahin, aber tiefer. Und das ist das, was ich jetzt gerade nicht verstehe. Weil er zeigt mir an, ich soll hier hingehen. Das heißt, muss ich doch erstmal hier rum? Die Waffenkammer liegt gleich hinter diesen Türen. Seid für alles bereit. Das war ich vorher auch schon. Aber das ist hier immer sehr verwirrend mit der Anzeige. Ich bin aber oben. Geht, nehmt mit euren Truppen die Burg ein. Ich hole Verstärkung in Spiegelmoor. Zu Befehl, Scherbenmarschall Vargas. Habt ihr eine Ahnung, wie man das anstellt? Alles klar. Wohin soll ich für euch gehen? Geht an der Seite zu diesem Durchgang gegenüber. Ich lenke die Kommandantin ab. Dann greift ihr an und schnappt euch die Klinge. Es ist wichtig, dass wir das tun, ehe sie noch ein Portal öffnet. Wenn Verstärkung dadurch kommt, haben wir einen noch. In Ordnung. Tun wir es. Habt ihr eine Ahnung, was Spiegelmoor ist? Eine Ebene im Reich des Vergessens? Hört mal. Ich weiß genauso viel über Dädra wie über Magiekunde. Und das ist nicht das Geringste. Doch diese Scherbensaat hatte diesen Ort erwähnt. Vielleicht kommt sie von dort. Wir können sie nach all dem fragen, nachdem wir diese Klinge an uns gebracht haben. Es hat sie mich hier so lange aufgehalten, dass da hinten Dädra gekommen ist. Ähm, ich weiß nur nicht genau, soll ich jetzt nach rechts oder soll ich jetzt nach links? Oh, Moment. Das war im Bücherregal. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich eigentlich hin. Aber da war jetzt nichts Gutes. Moment, da. Wie komme ich denn da hin? Achso, ich soll nur zur Mitte, glaube ich, oder? Okay, ich folge. Nein. Alter, ich könnte die Klinge so mitnehmen, ne? Ich stand davor, ich habe Ehe gedrückt, nichts passiert. Ich mag ihrem Habe. Ich werde ein Schwert und ich werde es benutzen. Ja, wollte ich gerade machen. Die Dädra nutzten Portale unter der Burg, um Verstärkung zu holen. Dieser Pfad wurde versperrt. Portale unter der Burg? Das ist eine unerwartete Taktik. Nicht wirklich. Doch ich bin froh, dass ihr und die Tribune in euch darum gekümmert habt. Ohne Verstärkung sollten die verbliebenen Dädra kein Problem mehr für meine Legionäre darstellen. Ich meine, wir haben jetzt über, ich glaube, 440 Folgen oder sowas aufgenommen. Und irgendwie, bei jeder zweiten Folge gefühlt, haben die Dädra immer Portale genutzt. Warum ist das eine unerwartete Taktik? Dann ist die Felder-Gardburg nun sicher? Meint ihr, die Dädra werden die Burg wieder angreifen? Doch wir werden die Barrikaden befestigen und die Mauern neu aufbauen. Und es gibt verlässliche und gute Mittel. Feuer und Fallen. Erprobte Taktiken sind immer gut, sage ich. Jo. Ihr habt nicht gezögert, mir ins Portal nachzuspringen. Ihr macht solche Dinge regelmäßig, oder? Jo. Sherben Marshal Vargas ist davongekommen. Das geht auf meine Kappe. Ich schwöre, ich erwische sie beim nächsten Mal. Doch dieser Ort. Der Himmel sieht wie zersprungenes Glas aus. Ich hörte Sherben Marshal Vargas den Ort Spiegelmoor nennen. Spiegelmoor. Was für eine Einöde. Stammt die Sherbensaat von hier? Vielleicht können uns Beragon oder Leramiel mehr darüber erzählen. Wir sollten sie die Klinge untersuchen lassen. Wie nannte sie Vargas? Tilga? Wäre es euch recht, wenn ich die Klinge zu ihnen bringe? Natürlich. Nehmt die Klinge. Ich helfe, die Toten zu begraben und bringe Tilga danach nach Skingrad. Vielleicht können sich Leramiel oder Beragon einen Reim darauf machen. Ihr sollt wissen, dass ich eure Hilfe hier zu schätzen weiß, Kameradin. Nehmt dies und betrachtet euren Dienst bei der Legion als erledigt. Fürs Erste. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Wir haben nur Reparaturmaterial für Cyrodiil bekommen. Also gut, und Geld noch dazu. Aber das für einen Abschluss von einer Quest von der Hauptreihe. Was will ich mit Cyrodiil? Ich gehe doch nicht freiwillig in das Cyrodiil. Ich bin doch nicht bekloppt. Also nichts gegen die Leute, die in Cyrodiil gegeneinander kämpfen. Aber ich bin halt kein PvP-Typ. Ich finde es zu langweilig, bin ich ganz ehrlich. Ich habe lieber die Storys und dass ich halt die Geschichten mit den Leuten in Anführungszeichen erlebe. Ja, ich weiß das alles elektronisch. Deswegen, ja, finde ich... Also wenn man jetzt zwei Sachen bekommen würde. Etwas für Cyrodiil und etwas Gutes, was man nutzen kann. So ein Set, was man irgendwie noch binden kann oder so. Dann ist das okay. Aber ja, jetzt nur Gold finde ich jetzt schon ein bisschen schade. Behalten wir die Neuigkeiten über Tilga für uns, bis wir wieder in Skingrad sind. Ich will nicht, dass Diebe oder Agenten der Rückbesinnung auf irgendwelche komischen Gedanken kommen, solange ich unterwegs bin. Kehrt zu Beragons Stadthaus zurück, sobald ihr könnt. Ich habe das Gefühl, das ist noch lange nicht vorbei. Erzählt mir von diesem Gefühl. Eine Ahnung, dass die Dinge erst noch schlimmer werden, bevor die Lage wieder besser wird. Rückbesinnungskultisten, die in der Region ihr Unwesen treiben. Deldra, die dreist die Burg attackieren. Magische Klingen, die so mühelos Portale öffnen wie ich eine Tür. Da naht etwas Größeres heran. Ich weiß es. Ja, und da mag sie wohl recht haben. Dann würde ich allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich mich von meinen Schluckauf befreie. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, wir uns nicht in Skingrad wiedersehen, sondern, auch wenn es jetzt nicht angezeigt wurde, wir haben ja noch eine Aufgabe vor uns, dass wir Lehrermehl treffen müssen an dieser versunkenen Kapelle. Oder was war das? Verlassene Kapelle? Äh, nicht Kapelle. Ähm, Taverne. Ich denke, dass wir da dann als nächstes hingehen müssen. Wenn nicht, dann sehen wir uns halt in der Hauptstadt wieder. Dann müssen wir halt mit Lehrermehl sprechen, was sie da für Untersuchungen gemacht hat. Äh, ja, wie gesagt, ich habe die Reihe jetzt hier noch nicht gespielt. So oder so, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank.